Herzlich Willkommen bei VDM Metals. Wir entwickeln die Werkstoffe der Zukunft. VDM Metals ist der Weltmarktführer für Nickellegierungen und Sonderedelstähle. In der Entwicklung, Erprobung und Fertigung von Schweißzusatzwerkstoffen verfügen wir über langjährige Erfahrung. Unser Portfolio umfasst Werkstoffe für alle gängigen Schweißverfahren. Unsere Werkstoffe sind in Form von Mic-, Mac- und Unterpulverdrahtelektroden, Schweißdrähten und Schweißstäben, Kerndrähten für umhüllte Stabelektroden und als Bandelektroden erhältlich. Sie sind für das Verbindungsschweißen von korrosionsbeständigen und hochtemperaturfesten Legierungen sowie das Auftragsschweißen auf Stähle geeignet. Die Einsatzgebiete unserer Schweißzusatzwerkstoffe sind enorm vielfältig. Sie umfassen die chemische und petrochemische Industrie, die Energie- und Umwelttechnik, die Offshore- und Meerestechnik sowie den klassischen Anlagenbau. Alle wichtigen Produktionsschritte bei der Herstellung finden bei VDM Metals unter dem eigenen Firmendach statt. So erschmelzen wir unsere Werkstoffe in unserem Schmelzwerk am Standort Unna. Anschließend erfolgt die weitere Verarbeitung bei unseren Partnern und an unserem Unternehmenssitz in Verdol. Je nach Kundenwunsch bieten wir unsere Schweißzusatzwerkstoffe in verschiedenen Aufmachungen an. Drähte auf Spulen nach Norm, als Sonderspulen oder in unterschiedlichen Fasstypen sowie Bänder in Ringen und Stäbe in Köchern. Werden kleinere Mengen kurzfristig benötigt, bieten wir über unsere weltweit angesiedelten Servicecenter zahlreiche Schweißzusatzwerkstoffe in Form von Massivdrähten auf Korbspulen oder in Fässern sowie Schweißstäbe für das Wixschweißen in Köchern an. Beim Thema Qualität überlassen wir nichts dem Zufall. Wir sind als Hersteller von Schweißzusatzwerkstoffen gemäß VD-TÜV-Merkblatt 1153 zertifiziert. Unsere Filler-Metals werden gemäß der Spezifikationen der American Welding Society gefertigt. Die Qualitätsmanagementsysteme an unseren verschiedenen Produktionsstandorten sind allesamt gemäß ISO 9001 zertifiziert. Fertigungsübergreifend setzen wir auf umfangreiche Prüfungen und Tests in unserem mechanisch-technischen Labor, im Korrosionslabor, in der Metallographie sowie im Chemielabor. VDM Metals betreibt ein eigenes schweißtechnisches Kompetenzzentrum, das an die Forschungs- und Entwicklungsabteilung angegliedert ist. Das schweißtechnische Kompetenzzentrum ist mit modernsten Anlagen und Verfahrenstechniken ausgestattet. Ein Team von qualifizierten Schweißmetallurgen, Schweißfachingenieuren und Schweißern ermöglicht die schnelle Beantwortung fachlicher Fragestellungen und berät unsere Kunden in komplexen Fällen mit Werkstoffempfehlungen und Schweißverfahrensanweisungen. Zudem wird hier an der Weiterentwicklung und Optimierung unserer Schweißzusatzwerkstoffe geforscht und neue Schweißverfahren zur Verarbeitung von Nickelwerkstoffen und hochlegierten Sonderedelstählen erprobt. Langjährige Erfahrung in der Produktion, eine integrierte Fertigung, hohe Qualitätsstandards und ein erstklassiger Kundenservice. Dafür steht VDM Metals. VDM Metals – wir entwickeln die Werkstoffe der Zukunft.